So, weiter geht's. Folge 5 jetzt. Echt schon? Krass. Oh, ist noch einer. Hat nichts gesagt. Du warst es aber. Jawohl. Schon. Ja. Obwohl schon... Stimmt, ist schon gleich 9. Okay, change your plans. The games are coming up. So I'm gonna watch both of your matches, then I'll decide which of you rookies I want to train. Sweet! Thank you, thank you! I'm gonna go sign up right now. The games, huh? Sounds fun. Sorry, kid. Captain Eager there just took the last spot. I don't understand. Phil, I thought you were my trainer. You want to be a true hero, Herc? Then you're gonna have to go out there and show me that everything I taught you so far is gonna pay off. But Phil... Oh, and no more training sessions for a while. Wouldn't be fair if I helped you and not him. Hey, cheer up. So you gotta fight a couple of matches. No big deal. I'm Ventus. You want me to help you train? Jane? You'd really do that for me? Sure. Thanks, Ventus. I'm Hercules. Herc for short. Just call me, Ven. You're gonna do fine. Thanks. I'm gonna head over to the Coliseum and warm up. Meet me in the vestibule, okay? I'm gonna head over to the Coliseum. Okay? I'm gonna head over to the Coliseum. Okay? I'm gonna head over to the Coliseum. Hmm, 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 hmm wow der ist irgendwie explodiert gerade ist ja nicht schlimm für mich nicht für ihn vielleicht schon weil er ist tot okay wahrscheinlich ist aber nur 80 prozent dass das bei rum kommt aber durch die falschen tasten hier mann ich bin doch dumm man das hört ja gar nicht mehr auf hier los rücken gibt es jetzt blitzsturz max level so jetzt ist es wahrscheinlich das heißt blitzsturz und ausweichrolle fasziniert dass man das auch mit kombinieren kann blitzrolle warum ohne item ja gut mal jetzt einfach blitz rolle kann ich noch was machen eis nee darf ich nicht und da ero hat er bringt nichts direkt ausrüsten ja stimmt stimmt ich kann ja gar nicht mehr ja nein ich raus im aus der rolle Staccato. Betäubungsklinge, Glücksklinge. Ja, liebe Betäubungsklinge. Hm. Ja, liebe Betäubungsklinge. Haben wir Zyklos Kristall? Nö. Anfortuna Tellinot. Vitra. Oh, schick. Die Leute einfach alle umblitzen. Vitra reinmachen. Okay. Mach ich mal statt Vikra, ganz ehrlich. Das reicht doch auch. Hm, hm, hm. Ja. Ja. Erstmal die Map gönnen. Oh, warte mal. Stimmt, mir fällt grad was ein. Ich hab ja auch noch gar nicht hier. Yeah. Neul schlüssig wert. Ah, bereit fürs Training. Ach, tschüss, Schweiger. Äh, ich glaub schon. Wobei erstmal, warte mal. Ich geh mal einen Speicherstein vor eine Runde. Einfach mal. Einfach mal wieder so, ne? Stopp, rastvoll. Ups. Ups. Hm. 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 Ich weigere mich ein bisschen. Luxklinge bringt irgendwie auch nichts gefühlt. Outside, hey. Das kann vielleicht kombinieren. Ach komm, nehmen wir mal Blitz. Gott. Mach mal aus, zeitvoll. Ach. Ich könnte auch mich umbringen. Ah, erst bin ich... Nein. Hey. Jetzt bin ich bereit. Vielleicht bringt das ja was. So. Zerstöre möglichst viele Krüge und erziele jede Menge Punkte. Schwinge dich auf die rollenden Fässer, um viele Krüge auf einmal zu zerstören. Zerstörest du die großen Krüge, gibts dafür mehr Punkte. Hm. Hm. Ich bin ein bisschen verwirrt. Muss ich einfach... Ah, okay. Einmal umkicken. Ich verstehe. Blblblblblblblblblblblbl. Mhm. Wahrscheinlich sollte ich immer schön die fetten Krüge... Hm. Fokussieren. Danke. Meiner. Nein! Nein! Okay, ich hab's geschafft. Bosskampf der Welt geschafft. Äh... Okay, ich geh mal raus. Passiert hier irgendwas? Nö. Hä? Muss ich noch mal rein? Oh, hallo. Geht weiter mit Trillchen. Okay. Bäh. Oh, Donnerschlag. Eine Strecke bei Nitro Guard. Thrash. Alright. Oh. Und gerade macht auch Schaden. Voll heiß. Es ist heiß. Hm. Ja, ich weiß. Ja. Ja, ich wollte gerade auf Dreieck springen. Frag mich nicht, was ich mir dabei gerade gedacht hab. Ah, okay. Die machen... Der macht hier. Zack. Verstehe. Ach du Kacke. Äh. Was ist denn jetzt? Ich hab nicht mal gemerkt, dass ich hier die scheiß Überraschungskack hab. Ich muss damit auch... Ich muss den irgendwie mal rausnehmen, glaube ich. Ist so ein Scheiße. Weil ich permanent einfach stehen bleibe. Oder so. Das ist okay. Oder so. Das ist okay. Ich wollte jetzt den irgendwie kaputt machen. Ja. Das nimmt man dann wohl Overkill. Noch eine Minute. Was ist das denn? Dem, 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 dem. Ich finde es aber schön, dass man die einfach umfahren kann. Ey, Tillmann. Tillmanns Toasty. Tillmann Valentin Schweiger. So ein College-Schnitzel. Hat man noch Zeit, ne. Ich hab damals häufiger nach der Schule gefressen, tatsächlich, wenn ich alleine war. Das war nicht geplant. Na, egal. Soll ich den ja kaputt machen. Jung. Was ist das denn, Alter? Bei 17 Jahren. Und Deckgröße gestiegen. Fokus. Ah. Was fliegt das? Du willst mich sein, dass es ein Drogen ist, hm? Mehr als alles. Siehst du? Mein Vater ist Zeus. Der König der Gottes. Zeus! Woah! Herc, du bist ein Gott? Nein, nein. Ich bin mortal. Als ich ein Baby war, hat jemand mich von meinen Eltern getrunken. Und hat herausgefunden, wie ich meine Gottesheit wegnehmen kann. Und diese wirkliche Heroe? Das ist die einzige Art von mir, dass ich wieder ein Gott bin bin. Wenn ich ein wirkliche Heroe bin, kann ich wiederholen meinen Vater zurückkommen. Und zurück in Olympus. Wow! Ich denke, du hast wirklich alles geplant. Aber was ist das für dich? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Ich bin... Ich versuche nur ein paar Freunde zu machen. Haha. Well, hey! Du hast das schon getan. Huh? Komm schon, wir sind Freunde, nicht wahr? Du wirst, Herc. Definition Freunde in Kingdom Hearts ist immer sehr fragwürdig. Hey! Wir haben drei Wörter miteinander gewechselt. Lass ein Video machen. Hustle. 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 Ben! Hustle. 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 Nein! Ich brauche dich, Phil. Wie werde ich noch ein Heroe sein? Huh! Wann du es? Wer gewinnt, keine schweren Gefühle. Natürlich nicht. Hustle ein Hustle wäre nicht sehr Heroe. Hey! Nur zu erinnern, du bist noch ein Heroe. Haha. Verdammt. Ich spiel mir jetzt Zack. Das ist wirklich nah. Hey, wir haben Probleme. Es gibt Monster in der Stadt und wenn sie die Spiele verlieren, kannst du über das Spiel vergessen. Real Monster? Wir müssen sie stoppen. Lass die Monster zu mir. Diese Mache ist zu wichtig. Pfff. Kann ich mir mit meinem Mokri was kaufen? Mach ich aber nicht. Let's fucking go! Oh! Ihr seid zwar nicht die Monster, aber... Ach. Ich rühre euch. Depp, 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 depp. Bam, 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 bam. Ich rühre euch. Ach du Scheiße! Okay, Bosskampf der Welt. Okay, Bosskampf der Welt. Ich rühre euch. 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 Ja, ich würde euch auch sagen, wenn ihr es im Kreis drehen soll. Okay, reicht. Durchrollen kannst du auch. Ist schon geil, dass ich jetzt einfach totrollen kann. Luftgeräte halten. Oh. Sich mit während eines Sprungs blitzschnell durch die Luft bewegen. Schreckt du, Mann, du musst aber verlängern. Verlängst du die Entfernung, wie du zurücklegen kannst. Mhm, mhm, mhm. Sorry, dass ich dich nicht verletzt habe, Herc. Oh, komm, du musst nicht entspringen. Es war total meine Entscheidung. Mit der Ansatz natürlich auch ein Muss. Haben wir ja noch Tee in meiner Kanne. Nein. Ganz mini Schluck. Hey, ich habe meine Augen auf sein, dass ich auch ein Heroin bin. Ich gehe einfach nicht so schnell, das ist alles. Also, ihr habt beide das Spiel? Wer gewonnen hat? Ich ging erst, also es ist nicht ich. Ja, aber ich war nur Sekunden hinter dir. Still. Hey, ich habe nie gesagt, dass ich gewinnen würde. All ich gesagt habe war, dass ich den match, dann決定. Look, sein Heroin braucht mehr als nur Muscle. Du musst du hart und interessieren über die Leute. Und sicher, ihr habt beide hochwerten für das. Aber diese Zeit nur ein von euch interessiert genug. Und das macht all die Unterschiede. Das ist life. Das ist life. Das ist life. Herkotis hat weniger Muscle. Alter, er macht sogar seine Kniebeugel. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Klassischer Sek. Okay, bleib ehrlich. Du wirst nicht wirklich nicht zu trainieren, oder? Nein, natürlich nicht. Ich weiß, dass der Kind die Distanz gehen wird. Aber er war gut. Er hat nur ein bisschen... ... Incentive. Gar nichts. Also nicht Clouds Waffe trägt. Ja, er ist halt noch nicht... Er hat noch nicht... Kriegt der von Ingeal. Das ist nur so ein Klasse 3 Schwert, glaube ich, was er da hat. Meine Reise ist noch nicht vorbei. Meine Fähne ist die Experte hier. Ich werde nachher kommen, wenn du ein wahrer Hero bist. Ich werde nachher kommen, wenn ich und ihn beide Hero sind. Oh. Also du meinst, dass du nie wieder zurückkommst? Hey, schau es. Mhm. Also du, zack, einen Dimensionslink herstellen. Helden im Leben. Ein Schlüsselschwert mit hohem Attackewert und hohem Schaden bei krelischen Treffern. Hm. So, Till wählt auch fertig. Schön. Äh, ich guck gerade mal. Wo weißt du, ich vergesse das ja immer so gerne. Ist es cooler? Achso. Oh. Hm. Hm. Ach nee, komm. Lassen wir das. Äh, yo. Kann man hier irgendwas machen? Oh ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich Eis nicht benutze. Hier, nochmal weg mit dem Scheiß. Mit Feuer. Geht aber nur mit Feuer. Aber es ist nur Feuer wahrscheinlich weg. Äh, freudiger Kristall. Lebensspender klingt doch gut. Eis und Aero verboten, ne? Glücksklinge. Aha. Äh, ich baue mir die Glücksklinge weg. Mit einem wunderschönen Energiekristall. Kombo Plus. Schwertfallserie. Das klingt brutal. Oh. Na gut, Eis. Blitz ist dann wahrscheinlich auch nur, geht auch nur mit den beiden, ne? Aero, ja. Okay, dann nicht. Äh, yo. Ah. Wir fahren da rein. Das rein. Da rein. Stopp. Stopp. Noch nie so lange am Strugglen hier. Ah, ich muss ein bisschen pissen gerade. Habe ich hier noch? Ne, Folge. Achso. Ach komm, mach mal Stopp. Und, äh, bläh, bläh, bläh. Achso, Glücksklinge. Habe ich auch noch rumfliegen. Ja, komm, machen wir das. So. Aeroge ist ihr gleich fertig. Und Luftgräte. Ach ja. Stimmt, das geht ja auch noch. Äh, ist einfach ein neues, ne? Ja. Cool. So. Gut, dann würde ich aber sagen, oh, ich bende jetzt die Folge. Ich muss mich echt ein bisschen pissen. Und nächstes Mal geht es dann weiter in den Weltraum. Also, bis gleich, ne? Tschüss. Hohoho.